Herr Habe, wie war das abgelaufene Geschäftsjahr für Bertelsmann? Das abgelaufene Geschäftsjahr war für Bertelsmann sehr gut. Das gilt für die geschäftliche Entwicklung, aber eben auch für die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie. Da geht es ja darum, das Unternehmen breiter aufzustellen, nämlich auf drei Säulen. Mediale Inhalte, Dienstleistung und Bildung. Und was heißt das konkret in Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr? Der Umsatz ist gestiegen auf 16,4 Milliarden Euro, auch dank der Transaktionen, die wir durchgeführt haben im letzten Jahr. Die Umsatzrendite war wieder deutlich zweistellig und vor allen Dingen ist unser Konzernergebnis deutlich gestiegen. Und zwar auf 870 Millionen, das ist ein Plus von 40 Prozent. Trotz deutlich gestiegener Investitionen haben wir zudem unsere Finanzschulden halbiert. Und welche Fortschritte haben Sie bei der Umsetzung der Konzernstrategie gemacht? Eine ganze Menge. Wir haben uns ja einiges vorgenommen. Am sichtbarsten sicherlich ist die Bildung der größten Buchverlagsgruppe der Welt, nämlich Peng & Random House. Eine Transaktion, die wir Mitte letzten Jahres abgeschlossen haben. Jetzt werden die beiden Geschäfte integriert, aber machen wir sehr gute Fortschritte. Dazu kommt das Musikgeschäft. Wir sind ja jetzt wieder richtig in der Musik mit 100 Prozent Beteiligung an BMG, die wir letztes Jahr aufgestockt haben. Und wie sieht es bei den anderen strategischen Stoßrichtungen aus? Sehr wichtig ist für uns natürlich die Transformation unserer Geschäfte, vor allen Dingen die digitale Transformation. Auch da gute Fortschritte, wenn Sie sich RTL anschauen und das Geschäft mit sogenannten Online-Video abrufen. Steigerungsraten von über 100 Prozent auf 16,8 Milliarden Videoabrufe. Damit ist RTL heute im Bereich Online-Video einer der größten Spiele auf YouTube. 2013, also ein gutes Jahr. Wo geht die Reise hin für Bertelsmann? Wir sind eigentlich recht optimistisch, was 2014 betrifft, wobei viel von den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen abhängen wird. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Umsätze weiter steigern werden, auch unsere Ergebnisse auf hohem Niveau halten können. Und wir werden weiter an der Umsetzung der Strategie arbeiten. Da gibt es zwei große Themen, schon zu Jahresbeginn der Erwerb von Netrada und der Ausbau unseres E-Commerce-Geschäftes. Und ein zweiter Schwerpunkt im Jahre 2014 wird der Ausbau des Bildungsgeschäftes sein. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.